Das 9. Charity-Golf-Turnier der Gendarmerien-Polizeifreunde Kärnten fand am 10. Juli 2010 auf dem Golfplatz des GC Wörtherseefelgen in Köstenberg statt. 70 Mitglieder und Golf-Enthusiasten beteiligten sich trotz Tropenhitze von 33 Grad im Schatten an der schweißtreibenden Jagd nach Igles und Birdies. Im Mittelpunkt stand nicht der Kampf um den Sieg, sondern die Aktion für den guten Zweck. Der Erlös der Veranstaltung inklusive aller Zusatzspenden unserer besonderen Freunde und Gönner sowie dem erstmalig veranstalteten Schätzspiel überschritt heuer die 5.000 Euro Marke. Das Geld wird wohltätigen Zwecken innerhalb der Polizei zugeführt. Den Brutto-Sieg bei den Herren holte sich Harald Kotuz vom GC Wörtherseefelgen. Bei den Damen siegte in der Brutto-Wertung Petra Kremmer ebenfalls GC Wörtherseefelgen. Auch das ist gut. Bei der finalen Lose Tombola konnten dank unserer so zahlreichen und freundlichen Sponsoren an alle Mitspielerinnen und Mitspieler schöne und wertvolle Preise übergeben werden. Allen Sponsoren dafür ein herzliches Vergeltsgut. Auch die von